Jetzt gibt's Musik aus Österreich. Jetzt ist Georg Neumann bei uns und er hat ein sehr schönes Lied geschrieben. Er hat sich mit Beziehungsproblemen auseinandergesetzt. Wann du willst, heißt es. Er präsentiert es jetzt in Begleitung von Dieter Kohlbeck. Ich freue mich sehr, dass die beiden da sind. Du schaust mich an, ich spiel, es tut dir weh. Du schaffst das nimmer und sagst mir, du musst gehen. Wir haben jetzt viel geredet und uns jedes Mal mehr verletzt. Was dies mit uns gemacht hat, haben wir nicht gesehen. Auf einmal kommst du drauf, du hältst dem Mann da nur ein Spiegel vor. Und wenn man selber nicht wahrhaben will, traut man sich an, will nur sein Ruhm. Irgendwie wisst man beide, dass er das scheiße kennt, wird es fern und immer brengt. Wenn du wisst, dass ich da bin, nehm meine Hand. Und wenn du wisst, dass ich da bin, ruf mich an. Wenn du wisst, dass ich mit dir auch nicht werden kann. Wenn du wisst, dass ich mit dir auch nicht werden kann. Wenn du das wüsst, wenn du das wüsst. Ich will jetzt mit dir reden. Georg, schön, dass du da bist. Danke, Dieter Kohlbeck. Guten Morgen. Aus dem Burgenland zu uns gekommen. Burgenland Niederösterreich. Seit elf Jahren wohne ich in Niederösterreich. Aha, aber du bist aus Kizze. Kizze, ich bin einmal dort, einmal dort. Ah ja. Ich bin eigentlich beides. Du bist beides. Ich bin beides. Bist du auch der mit den Beziehungsproblemen? Oder hast du dich da ein bisschen umgehört bei anderen Leuten? Nein, ich nicht. Ich habe einfach in letzter Zeit extrem viel wahrgenommen, was um mich passiert ist. Und das Thema ist dann, mir ist so hinaufgekommen und dann habe ich mich zum Klavier gesetzt. Schön. Dann war die Nummer da. Hast du das Gefühl, dass den Leuten nicht gut geht in ihren Beziehungen oder vermehrt schlechter geht jetzt auch in dieser Corona-Zeit? Ich glaube, dass das jetzt ganz schlimm ist für viele und dass ganz viele auf die Probe gestellt werden. Die Nerven sind blau und die Leute sind aggressiv teilweise. Sie kennen das Aussehen und jeder Wortschauer. Aber der Wille steht fürs Werk. Ja. Wann du willst, geht alles, oder? Das hast du mir halt schon gesagt. Am Ende wird alles gut und solange es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Schau, das hast du schön gesagt. Schön, dass wir Musik aus Österreich gehört haben. Am Samstag kommt die Single raus. Am Samstag kommt sie raus, ja. Dann hoffentlich auch in allen ORF-Radios. Ja, total. Freuen wir uns. Ich freue mich auch. Super, schön, dass du draußen hast. Danke, Dieter. Danke, Kür. Wunderbar. Ich hoffe, Sie bleiben noch. Wir sind gleich wieder zurück. Margitie Laufer erwartet Sie jetzt in Zeit im Bild-Studio. Und wir sprechen gleich über ein wichtiges medizinisches Thema. Die trockenen Augen, die plagen uns in Homeoffice-Zeiten umso mehr. Die Expertin ist zu Gast bei uns. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich nach der Zeit im Bild.